Okay, es geht weiter. Ich musste den Part, den vorigen Part, also Part 3, kurzzeitig beenden, weil ich hatte da ein paar technische Probleme. Boah! Ach, schön gerübst. Und... Ach, komm. Den, 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 den. Oh nein, nicht dieser... Oh nein, bestimmter Bruder von dem Schlesenfisch. Bestimmter Bruder. Komm, zieh, zieh, zieh. Ich spür, ich sehe seine gierigen Blicke schon hinter mir. So. Und so. Und geschafft. Okay, das Level war eigentlich sehr simpel. Den, 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 den. Also in Part 3 und Part 4 werde ich versuchen, äh, alles hier zu beenden. Vanille Festung, ey. Den, 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 den. Ach, nicht diese Kacke. Ach, das ist simpel. Ja, ganz Zeitlupe. Und so. Den Weg habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Benutze ich einfach mal. Und so. Wie zur Hölle war da jemand? Verdammte Kacke. Komm. Weil ich hasse Unterwasserlevel, weil man immer so langsam ist. Und das nimmt auch sehr viel Zeit weg vom Video, bestimmt. Okay. Wenn ich hier fertig bin, kommt die andere Festung dran. Die danach kommt. Schwimm mal rüber. Schwimm mal rüber. Danke, Knochi. Knochi, Fisch. Und. Und so. Dankeschön. Just what I needed. So. Ach, die kann man so leicht ausweichen. Aha. Pech gehabt, du Knochenkupper. Dachtest wohl, du kannst mich mit deiner Schnurz irgendwie treffen oder so. Aber hast falsch gedacht. Was ist mit dem? Hier, die Musik. Dramatische Musik. Okay, komm. So. Verdammt. Das war echt knapp. Und. So. Gib mir Pilz. Jetzt kommen die Bosse. Jetzt muss ich auf einen von diesen Platten landen. Ach, komm. Ich bringe heute ohne diese Pilz um. So. Schnell umgebracht. Ganz simple Sache, Leute. Ganz simpel. Dün, dün, dün. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Okay. Das haben wir jetzt auch geschafft. Weiter. Wieso ist die feste in grün? Butterbrücke. Speichern weiter. Soll ich weitermachen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will es irgendwie nicht. Hm. Ich versuche es einfach mal. Dün, dün, dün. Oh nein. Nein. Nicht dieses verdammte Level. Ach, kacke. 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 Die ist so böse. So. Ich muss immer oben bleiben. Verdammt. Und ich muss jetzt genau auf den Kuppa landen. Verdammt. Okay, komm. Komm, 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 komm. Ich brauche noch einen Pilz oder so. So. Okay. Übertreib. Okay, ich lasse es. Ich lasse es. Ich mache es später. Wenn ich eine Feder habe und alles, kann ich eigentlich sofort das Level machen. Aber ich habe keine Lust. Warte. Ich mache es einfach. Ich habe Joshi. Ich fliege einfach mit ihm weg. Ich fliege einfach weg. Dün, dün. Dün. Wir gehen zum Secret Place. Die Secret Ebene. Den Pilz haben wir. Ja, freu dich. Und so. Und rein mit uns. Komm, die Butterbrücke mache ich. Weil die gehört zu einem der schwersten Level, finde ich. Die anderen Level. Es gibt noch ein anderes Level. Das Schokoladen irgendwas. Das ist ein bisschen kompliziert, wie man das machen muss. Ich hatte immer da Probleme, aber das schaffe ich auch schon. Komm. Ich fliege jetzt einfach weg. Oder kann ich das nicht? Okay, wenn ich hier Probleme habe, werde ich reinkacken. Ich brauche irgendwas zum Fliegen. Eine lila und eine Kuppe, bitte. Knappe Sache. Knappe Sache. Knappe Sache. Verdammt. Du Wichser. Okay, jetzt wird es jetzt wieder schneller. Okay. Die Helpte habe ich geschafft. Hier war doch irgendwas. So. So. Okay. Okay. Ach, Kacke. Okay, ich muss... Okay, das war mein letzter Zufluchtsort. Habe ich es geschafft? Ja. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Und... So. 24. Puh auf deinem Gesicht. Level. Puh. Hmm. Lecker, lecker. Geschafft. Lecker Preis. Hier hätte ich die... Ach, das mache ich später, wenn ich den vierten gemacht habe. Din, 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 din. Rütt dich an Joshi? Ach, egal. Komm, ich mache einfach weiter. Din, 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 din. Ach, dieses Level. Komm. Beil dich, beil dich. Dankeschön. Beil dich. Und so. Schade, dass man einen Geist da nicht mit Feuer töten kann. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Hier war der Riesen-Buhu. Oh, knappe, knappe Sache. Komm, beeil dich bitte. Das war ein simples Level. Hier gibt es auch kein Geheimnis. Das weiß... Ach, doch. Diese Kacke gibt es. Ich kann einfach nicht richtig fliegen. Wieso habe ich das... Wieso habe ich das so gemacht? Ja, Leute. Ich bin dämlich. Ach, komm. Diese grünen Seifenblasen, glaube ich, ist die Schneider von diesen komischen Buhus. Riesen-Buhus. Oder hier Pups-Balken. Äh, Pups, äh, Pups-Dings da. Ihre Verdauungs... Verdauungspups. Wieso kann man die Teile nicht töten? Ob die so unbezwingbare Endgegner wären? Und so. Und so. Ach, komm. Was soll das Schalter sein? Werde ich den auch nie rausfinden. Oh. Jetzt weiß ich, wozu das Schalter da war. Jetzt weiß ich es. Ach, komm. Ach, ich werde nie raus... Ach, meine Zeit ist noch sowieso so viel. Okay, so. Es kommt, du Riesen-Pups. Du Pups der Nacht. Okay, so. Okay, so. Du Pups der Nacht. Du Pups in die Gegend. Ich weiß nicht, wieso. Ich mache das hier. Und dann mache ich das hier. Und dann komme ich so raus. Und dann ist es einfach... 27. 27. Yeah. Sehr, sehr gut. Sehr gute Pups. Wie viele Minuten habe ich eigentlich? Ach, gucke ich mal nach. Ach, Speicher fortsetzen erstmal. Ach, 10 Minuten. Komm. In diesem Part schaffe ich den dritten Boss hier. Ach, das war ein simples Level. Aber Joshi würde mir sehr hilfreich hier ankommen. Finde ich. Weil, wenn ich jetzt Joshi habe, können die Teile mich nicht angreifen. Ach, Kacke. So. Ja. Meine Feuerbälle fliegen... Können auf Lava gehen. Ey. So. So. Komm her. Komm. Ach, das war diese Sache. Okay, ich muss... Hä? Wie ging die Sache nochmal? Bin ich dämlich? Ach so, das... Ich bin dämlich. Wieso versuche ich ganz ehrlich, dagegen zu laufen? Verdammt. Ich bin dämlich. Ich bin dämlich. So. Zu spät. Ach, knacken lassen. So. Ähm, so. Ach, das muss mitkommen. So, weg mit dir. Guter Preis, guter Preis. Sehr, 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 guter Preis. Fisch von Dünnerladen. Ah, hier kann man hochlaufen. Ja, ich bin sehr gut, ja. Man sah meine Künste, diesem Spiel. Ich bin auch dämlich. Ich bin auch dämlich. Ich bin auch dämlich. Ich weiß nicht, wieso. Ja, ich bin dämlich. Aber so dämlich. So. Und so. Und so. Und so. Okay. Ach, komm. Ach, kurz mal schillen. Und, komm. Den Boss besiege ich. Und? Hast du was zu sagen? Dann sag ich schnell. Okay, kannst nicht mehr. Ach, das ist langweilig. Und so. Und so. Ich bin der dämlichste Vollpfosten aller Zeiten. Komm. So. Dankeschön. Du wirst mich nie wiedersehen. Warte, gab's nicht hier irgendwo ein Eis? Warte, hier gab's doch irgendwo ein Eis. Eis-Dings. Ja. Irgendwas mit Eis. Ich bin dämlich. Oh, Kacke. Hier konnte man reingehen. Hier war das Eis-Level. Ähm. So. Okay, hier krieg ich am wenigsten zurück. Und so rein. Und wo komm ich raus? Okay, hier. 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 Und so. Gab's da oben nicht irgendein Geheimnis oder so? Hm. Verdammt. Sehr, sehr knapp. Puh. Die Musik ist aber ein bisschen... ...nicht so motivierend hier zu spielen. Mich motiviert sie irgendwie ganz und gar nicht. So. Hab's Enki geschafft. Okay, du bist weg. Alles geschafft. Da kommt noch ein Level. Okay. Okay, da warte ich hier. Willst du mich verarschen? Nur weil ich zu schnell war, oder was? Drecksteil. Komm her. Ja. Hier bin ich. Jetzt bringst du mich auch zum Ziel. Komm. Ich bin der... Ich bin der König der Welt. Boah! Komm. Ach, da kommt noch diese Welt. Es ist nicht diese Welt, wo... Ach, ich wusste es da. Komm nicht dieser komischen Bullet Bilds? Ja, ich wusste es. Ich hatte... Deswegen hat sie auch keinen Bock auf dieses Level So Ich glaube, ich werde auch vorzeitig den Parton beenden Weil auf dieses Level habe ich so doll Keinen Bock Dann vergeht sofort die Lust, hier jetzt auch irgendwas aufzunehmen Wenn ich das jetzt mit einem Zug schaffe, dann mache ich noch den Boss rein Sehen wir mal Ach komm So Warte, irgendeinen Weg darf... Einer von denen war irgendwie ein Geheimweg Wieso bin ich wieder... Achso, ich bin durch den Mittelpunkt gegangen Deswegen bin ich wieder groß Zieh, 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 zieh Okay Bis dahin läuft ja alles perfekt, finde ich Ach du heilige Kacke Mit einem Zug durchgeschafft Okay, das war sehr, sehr gut Dankeschön Jetzt kommen wir zum Boss Lemmys Festerung Und was erwartet... Ach, nicht diese Kacke Zweimal diese Kacke mit... Da mit der Schlampe da Wie heißt sie wieder? Nicht Marek Ähm... Wie hieß die Schlampe nochmal? Wie hieß die kleine Bitch denn? Die Borsa jeden Tag eine... Eine... Ihr wisst schon, was macht Ihn irgendwie vergnügt Okay, so... 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 Jetzt bin ich da Und rein mit denen Hier ist der Mittelpunkt Hier kriege ich auch irgendwas Ein Leben Dankeschön Jetzt geht's weiter Okay, alles komplett weg Mein Hals kratzt Verdammt Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich So, kleiner... Kleiner Spaß Okay, hier rein Okay, so, haben wir jetzt auch schnell geklärt Kleine Koppa Ach, du bist... Du bist dämlich Hör auf Hör auf zu existieren Hör auf zu leben Obwohl... Wadada Irgendwann muss aber auch mal gelitten Dieser Koppa hier Und andere Koppa Was willst du? Scheiße So Komm, 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 komm So steht er wieder auf Und greift mich dann an Haha Pech gehabt Hast du mich nicht Haha Und so Und So Oh, Kacke Ich will die Feder haben Komm, schnell Okay, hier bin ich sicher Hier bin ich sicher Und so Und so Ach, simple Sache Ganz simpel Komm, schneller, schneller Ach, fick dich doch ins Knie Komm, schnell Komm, schnell, beeil dich So Jetzt hab ich auch noch das hier Das lohnt sich also Dieses Schalter zu drücken Die helfen manchmal Warte, wo Wo kommt raus die Schlampe? Oder der Achso, das war der Die Schwester Die Schwester von denen ist auch so drauf Okay So Sehr knapp Dreimal getroffen Ey Okay Fast geschafft Komm Komm, komm, komm Ich will den Part auch schnell benden Thank you very much Ach, hier mit Hammer kommt er Bam, 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 bam Mario und Luigi Okay, Entschuldigung Mario und Luigi triumphierten über den lächerlichen Helmy Copper in Festung Nummer 3 Die Abenteuer wird immer schwieriger Hast du schon den roten und den grünen Schalter gefunden? Nee, ich tu nur so Ich tu nur eiskalt so, dass ich den gefunden habe Speicherung fortsetzen Okay Bei der nächsten Part sehen wir uns bei der Käsebrücke Tschüss